Was bedeutet es, eine Heimat zu verlassen? Für dich war es ein Aufbruch an eine neue Welt. Für mich eine endlos andauernde Autofahrt. Alles dauert irgendwie ewig, wenn man nicht weiß, wo man ankommt. Was wird sich ändern? Was wird bleiben? Und was bedeutet Heimat überhaupt? Was machst du? Was? 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 Es geht bloß gerade in dir vor. Jim, denk doch mal an die Menschen, die sich um dich sorgen. Was willst du denn? Und wer bist du eigentlich? Was? ą So vieles geht, so weniges bleibt. Erinnerungen verblassen und verhindern sich neue Eindrücke. Nur noch schwacher erinnere ich mich an die Zeit vor dem Aufbruch und diese neue Welt. Eins aber wurde mir irgendwann klar. Meine Heimat bist du. Meine Heimat bist du.